Das Ehrenamt hat eine hohe gesellschaftliche Bedeutung. Der Einsatz von einem Euro Ehrenamt bringt 7,24 Nutzen. Wir freuen uns, dass die bayerischen Bürger zum 1. Januar das Ehrenamt in die bayerische Verfassung gebracht haben. Wir wollen aber dies auch mit Leben erfüllen. Wir wollen, dass die Strukturen des Ehrenamtes verbessert werden, zum Beispiel Strukturen vom Landesnetzwerk, bürgerliches Engagement, aber auch von verschiedenen Koordinationszentren. Wir wollen, dass auch insgesamt ein Landesbeauftrag, der für bürgerliches Engagement geschaffen wird. Und wir Freien Wähler wollen auch mit gutem Beispiel vorangehen. Wir wollen uns in den nächsten Wochen und Monaten ehrenamtlich engagieren, alle Landtagsabgarten, um dann auch zu zeigen, dass wir über das Ehrenamt nicht nur reden, nicht nur Anträge stellen, sondern das auch konkret, persönlich umsetzen.